Am Sickelfeuer gehen Schüler auf den Sekundärvorbereit. Zu denen viele Changementen, die noch der Grundschule auf Kanar durchkommen, gehört auch die mehr weite Schulweg. Der Lycée an einem Teil vom sozialen Umfeld ist meistens nicht mehr für ein Haustier. Und Schüler müssen autonom auf verschiedene Verkehrsmittel zurückgreifen. Die Verwaltung für öffentlichen Transport bittet dafür einen interaktiven Workshop für die Sickelfeuer an. Hier entdecken Kanar, wie wüsste ich das, multimobil zu denken und entwickeln ein Bewusstsein für Umwelt und Gesundheit. Ihr seid Anseignen am Sickelfeuer und wollt eine Flodaktivität an ihrer Klasse? Da guckt ihr da auf www.mobilität.lu. Eine Initiative von der Verwaltung für öffentlichen Transport mit dem Minister für Mobilität und öffentlichen Arbeitern. Und zusammenarbeitet mit dem Minister für Edukation Kanar und Jugend.